Seid gegrüßt, Alex hier und ich zeige euch jetzt, wie ich meinen Grillklassiker den Grillspieß zubereite. Dazu mariniere ich mir Paprika, Zucchini, Champignons und Zwiebeln mit Olivenöl, Agavendicksaft, frischen Zitronensaft, Pfeffer und Salz sowie Thymian. Misch das Ganze anständig durch, lasst es eine Stunde durchziehen. Das Gemüse jetzt abwechselnd mit geräuchertem Tofu auf Holzspießchen stecken und ab auf den Grill damit. Mmmh. Super lecker. Super lecker.